hallo meine lieben freunde wir sind heute in meinem mehrjungfrauensschönheitssalon marina die machen wir gleich die haare so strähchen für strähchen für mehr volumen jetzt nehmen wir uns eine spange und fixieren das volumen so ist schön das gefällt mir total vielen vielen dank mehrjungfrau wir sehen uns dann tschüss macht's gut marina herzlich willkommen ariel in meinem schönheitssalon komm raus was darf es denn sein wir fangen mit ein bisschen lidschatten an und jetzt ein bisschen rouge hier auf die wangen dreh dich mal so ist schön und etwas wimperntusche sooo 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 ja das ist echt gut würde ich sagen danke mehrjungfrau Gern geschehen. Du meine Güte, was ist denn passiert? Aber wo denn? Na, bist du hier die Mehlungsfrau? Ja, bist du jetzt? Was habe ich euch getan? Bist du hier für Schönheit verantwortlich? Ja, ja, für Schönheit. Ja, ich... Dann hätte ich eine Bitte an dich. Kannst du mir bitte die Wimpern machen? Hä? Hä? Na, was denn? Wir wollen auch kippsen ein. Okay, ich bin gleich wieder da. Mach mal Platz. Hier ist meine Schatztruhe. Entschuldigung. Also Hai, in welcher Farbe hättest du denn gerne deine Wimpern? Orange. Kein Problem. Ein Pinsel. Entspann dich. Hopp, hopp, dreh dich um, so ist gut. Du siehst hübsch aus, wunderbar, du kannst gehen, was hättest du gerne Krokodil? Ich hätt gerne frische Maniküre. Hättest du sie gerne in Gelb oder in Rosa? Rosa. Hopp. So ist schön. Hm, sieht gut aus. Gib mir mal die andere Pfote. Hättest du noch gerne eine Pediküre gratis? Gib mir deine Pfote. So ist gut. Wow, Krokodil, das ist die beste Malentüre, die ich seit langem gesehen habe. Danke, vielleicht werden dann die Leute weniger Angst vor uns haben. Danke, Meerjungfrau! Gern geschehen. Meine Schatztruhe birgt noch viele Wunder. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal!